Hallo an alle Jura hier vom Pflegekanal, willkommen zum neuen Video. Also aus der Reihe über die diabetischen Folgeerkrankungen wollen wir weitermachen mit der diabetischen Polyneuropathie. Was ist es, was sind die Symptome und natürlich was sind die pflegerischen Maßnahmen. Also bleibt am Ball und gleich geht es weiter. Achso, ich habe ja gar kein Intro mehr. Es geht direkt weiter. Dieses Video wird präsentiert von CareHead, der Jobplattform speziell für Pflegekräfte. Auf www.carehead.de kannst du dir mit wenigen Klicks ein Profil erstellen und schon werden dir Jobs in der Pflege angezeigt, die auf dein persönliches Profil passen. Also melde dich jetzt an unter www.carehead.de. So, reden wir über die diabetische Polyneuropathie. Aufgrund der Durchblutungsstörungen kommt es zur Schädigung der peripheren Nerven und so zu Gefühlsstörungen. Bei der diabetischen Polyneuropathie muss man sagen, dass es sich hier um ein Komplex von Symptomen handelt. Also es ist keine Erkrankung, wo man sagen kann, okay das und das und das sind die Symptome, sondern es ist wirklich ein Komplex und bei jedem Menschen ist es anders. Deswegen wollen wir uns jetzt ein bisschen tiefer mit den Symptomen befassen. Wie werden diese eingeteilt und wo kann man diese Erkrankung dann letztendlich auch erkennen? Wir hätten die sensiblen Störungen, die motorischen Störungen und die anatomischen Störungen. Bei den sensiblen Störungen muss gesagt werden, dass das die Verminderung der Erfindung in den körperperipheren Partien ist, insbesondere in den Füßen. Das heißt Schmerzen, Wärme und Kälte werden missempfunden, Druck wird nicht so richtig wahrgenommen, Taubheitsgefühle können entstehen, Kribbeln in den Füßen und natürlich alles kann auch in den Händen passieren, weil die Hände gehören auch zu der Peripherie des Körpers. Bei den motorischen Störungen muss man sagen, da hätten wir die Augenmuskellähmung und die Fehlstellung der Füße durch Muskellähmung. Bei den anatomischen Störungen muss man sagen, da hätten wir die kardinale Neuropathie, zum Beispiel die Herzrhythmusstörungen, wo ein sehr hoher Puls sichtbar ist oder ertastbar ist. Dann haben wir die Störungen der Blutdruckregulation, dann Störungen der vegetativen Funktionen, wie zum Beispiel Verdauungsbeschwerden, wie Durchfall oder Verstopfung. Dann haben wir die urogenitalen Störungen, wie Harnentleerungsstörungen, Potenzstörungen und zuletzt haben wir die Schweißbildungsstörungen. Zur Therapie ist wirklich sehr sehr simpel, an allererster Stelle hätten wir die physikalische Therapie und an zweiter Stelle hätten wir die schmerzdämpfenden Mittel. Abhängig natürlich davon, wie sich die Krankheit beim Patienten zeigt, so wird auch die Therapie angewendet. Zu den pflegerischen Maßnahmen im Allgemeinen bei Diabetes, worauf muss man achten? Natürlich, dass der Blutzucker reguliert bleibt. Das heißt, dass der Mensch so wenig wie möglich spritzt, also einen Blutzucker eventuell mit der Ernährung regulieren. Wenn es nicht anders geht, wenn halt der Patient darauf sehr hohen Wert legt, seinen Lebensstil weiterzuführen, dann halt den Blutzucker immer regulieren mit Spritzen. Wenn das auch der Fall ist, dass das nicht möglich ist, hatte ich auch schon in der Praxis, dann bitte sofort den Arzt kontaktieren und um Rat bitten, die Werte zu senden und gucken, ob man da eventuell das Insulin verändert oder das Spritzschema ein bisschen anpasst und so weiter. Des Weiteren, bei Menschen, die an der Diabetischen Polyneuropathie leiden, muss man sehr, wirklich sehr, sehr darauf achten, dass das Schuhwerk passend ist, dass die Strümpfe passend sind, dass Kompressionsstrümpfe, wenn sie getragen werden, richtig angezogen werden, dass keine Hautverletzungen da sind. Also eine regelmäßige Hautinspektion, dass der Podologe, wenn er seine Arbeit macht, weiß, dass der Mensch an dieser Krankheit leidet, dass er ihn nicht zufällig zu tief rein sticht, dass der das nicht merkt. Und ein Mensch, der an einer Polyneuropathie leidet, merkt den Stich nicht, merkt das Blut nicht, der könnte wortwörtlich an einem Nadelstich verbluten, wenn der in den Schuh rein blutet. Des Weiteren, eine gute, gute Hautpflege ist sehr wichtig. Also regelmäßig, auch wenn ihr die Körperpflege nicht an einem Patienten durchführt, einmal in der Woche oder einmal in 10 Tagen, abhängig von der Stärke der Polyneuropathie, einfach mal eine Hautinspektion durchführen. Darf ich mal ihre Beine sehen oder haben sie was gemerkt oder einfach mal durchfragen. Dann das richtige Lagern bei Patienten, die das nicht mehr selbstständig können, beim Schlafen oder beim Sitzen, die Füße, dass da halt keine Druckstellen entstehen, dass im Laufe der Zeit, wenn wir, wie zum Beispiel ich, in der ambulanten Pflege nur einmal am Tag dort seid, dann halt die Angehörigen dazu schulen, bewegen, dass die gucken, dass die kontrollieren und dass sie die Maßnahmen auch wirklich anwenden. Also Ernährung ist sehr wichtig, Flüssigkeitszufuhr ist sehr wichtig, Bewegung ist sehr wichtig. Also das gehört alles zu den pflegerischen Maßnahmen, die in unserer Hand sind und uns zur Verfügung stehen, um zu gucken, ob wir da etwas erreichen können, um die Folgen dieser Erkrankung zu minimieren. So, das ist alles zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Für alle, die Interesse haben an dem Thema, wollen wir es nachlesen. Die Quelle, der Link zur Quelle befindet sich in der Beschreibung. Jeder, der Zugriff zum CNE hat, kann das direkt nachlesen. Der, der keinen Zugriff hat, sollte sich das überdenken. Also die Quelle ist perfekt für uns, die in der Pflege irgendwie unterwegs sind oder in der Medizin. Also wirklich empfehlenswert. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch. So unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Des Weiteren wünsche ich eine gute, gute Zeit und bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao.